Die Tatsache, dass Sie nun einen ihrer ersten Staatsbesuche in der russischen Föderation abstattet, unterstreicht die Bedeutung des russisch-deutschen Verhältnisses. Es ist doch offensichtlich, dass die Beziehungen zwischen den Staaten auf pragmatischen Ansätzen des öfteren Aufbauern, so wird die moderne Politik gestaltet. Aber es gibt nicht nur Beziehungen zwischen den Staaten, es gibt auch Beziehungen zwischen den Völkern. Und heute möchte ich über die Beziehungen zwischen unseren Völkern sprechen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das gemeinsame Fundament aus dem, die in Russland und in Deutschland gepflegten Werte herauswachsen, das Fundament der christlichen Tradition und der christlichen Kultur ist. Ich weiß, dass man in modernen Europa unterschiedliche Stellungnahmen zu den christlichen Wurzeln nimmt. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man solch ein hohes Niveau des gegenseitigen Verständnisses zwischen dem russischen und dem deutschen Volk nicht erreichen könnte, wäre es diese grundlegende Geistigkeit nicht gegeben. Genau diese Gemeinschaft hat ein festes Gefüge von Beziehungen gegründet, die tief in der Vergangenheit wurden. Ich glaube, dass ein sehr wichtiges Faktor in der Entwicklung der modernen Beziehungen von den Zivilgesellschaftsinstitutionen gespielt wird. Die christlichen Gemeinden unserer Staaten spielen eine große Rolle und sind auch wichtige Subjekte der Zivilgesellschaft. Es ist positiv, aus meiner Sicht zu registrieren, dass wir nun eine gute Plattform für die Entwicklung von bilateralem Verhältnis zwischen den Zivilgesellschaften haben. Diese Plattform wird vom Petersburger Dialog geliefert. Und seit 2007 sind beim Petersburger Dialog schon institutionsmäßig Vertreter der christlichen Kirchen. Es wurde eine Gruppe in Europa eingesetzt und ich persönlich habe hohe Wertschätzung für die Arbeit dieser Gruppen. In all diesen Jahren hat sich diese Gruppe mit sehr wichtigen Fragen auseinandergesetzt, die sich auf die Schicksale unseres Landes und der europäischen Völker beziehen. Es ging dort um Gerechtigkeit, insbesondere um soziale Gerechtigkeit, um nachhaltiges Wirtschaften, um die Zukunft der Vergangenheit, über Migrationsprobleme, über den Einfluss des geistigen Faktors auf die Erziehung von Jugendlichen. Gerade in diesem Rahmen hat man sich mit der kirchlichen Rolle auseinandergesetzt. Ich glaube, das wäre eine gute Plattform, die uns dazu verhelfen wird, zusammen mit den Christen in Deutschland gemeinsame Ansätze zu den Problemen zu entwickeln. Es gibt aber Sachen, die mich als Patriarchen umtreiben, und ich möchte meine Sorgen mit ihnen teilen. Diese Sorgen wachsen aus unserer gemeinsamen Vergangenheit heraus. Die russische Kirche hat über Jahrzehnte in einem Staat existiert, wo eine offizielle Ideologie Atheismus war. Dort wurden Kirchen zerstört, oder Kreuze von den Kirchenkuppeln abgesägt, damit diese Kirchen zu irgendwelchen anderen Zwecken genutzt werden können. Dort wurde das religiöse Leben aus dem Gesellschaftsraum verdrängt. Die Kirche hatte nur die Möglichkeit, sich in einem engen Raum des privaten, des intimen Lebens zu entfalten, nichts mehr. Ich mich umtreibt und beängstigt, dass in einigen Staaten von heute, insbesondere in westeuropäischen Staaten, gleichartige Entwicklungen zu beobachten sind. Keiner spricht nun darüber, dass die christliche Präsenz im öffentlichen Leben aus der Welt geschafft werden soll, zugunsten der hellen, der wolkenlosen Zukunft. Es wird aber ein anderes philosophisches System und eine andere philosophische Formel gebraucht. Die Kreuze müssen aus den Schulen weggeschafft werden. Die Religion muss aus dem Gesellschaftsraum weggeschafft werden. Und das um Menschenrechte willen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die moderne Zivilisation den gleichen Fehltritt macht, der von der Sowjetunion gemacht wurde. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem, wofür sie sich zugunsten des Glaubens und dem Gesellschaftsleben entscheiden. Das Endprodukt, wie das von Ingenieuren gesagt wird, ist der Abbau des religiösen Bewusstseins. Ich möchte der deutschen Führung und den deutschen Staaten auch dafür danken, dass in vielen Fragen die deutsche Führung sich für die Legitimität der christlichen Präsenz im Gesellschaftsleben einsetzt. Und ich bete dafür, dass es auch weiter so bleibt. Die philosophischen Systeme sind vergänglich. Der christliche Glaube ist 2000 Jahre alt. Gerade von diesem wurde die geistige und die kulturelle Grundlage für Europa geschaffen. Deshalb halten wir es für notwendig, darüber laut zu sprechen. Denn wir haben ein Anrecht darauf. Wir haben über lange Jahrzehnte in einem Land gelebt, das Gott aus den Gesellschaftsverhältnissen und Beziehungen verdrängt hat. Und wir wissen auch um die Folgen, die das nach sich zu hat. Und die heutige beispiellose Wiederbelebung von religiösen Gefühlen in Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken ist so etwas wie eine Reaktion auf die Vergangenheit. Seit Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts führt die russische Orthodoxe Kirche einen Dialog mit der evangelischen Kirche in Deutschland und etwas später haben wir einen Dialog mit der katholischen Kirche in Deutschland aufgenommen. Ich glaube, dass es genau diese Beziehungen waren, die eine gewaltige Rolle für die zwischen-nationale Versöhnung in den Nachkriegsjahren gespielt haben. Ich glaube, man musste damals einen tiefgründigen, einen großen Mut und einen sehr festen Glauben haben, um in den nächsten Nachkriegsjahren in die Sowjetunion zu reisen und die christliche Kirche in Deutschland zu vertreten, um von Angesicht zu Angesicht mit dem sowjetischen Volk zu begegnen. Und im Gedächtnis ist uns dieser Besuch der deutschen Christen, angeführt vom Pastor Müller, haften geblieben, die die Sowjetunion Anfang der 50er Jahre besucht haben. Gerade dieser Besuch hat den Grundstein für eine Versöhnung auf der tiefsten Ebene gelegt, und zwar auf der Ebene der zwischenmenschlichen Kontakte. Und ich glaube, dass heutzutage die Christen Russlands, der Ukraine und anderer Staaten, insbesondere der Staaten der ehemaligen Sowjetunion, diesen systemischen Dialog mit den anderen Christen, mit den Christen Deutschlands fortsetzen müssen. Und ich wäre glücklich, wenn im Mittelpunkt, im Vordergrund dieses Dialoges unsere gemeinsame Sorge um die Aufrechterhaltung der gemeinsamen christlichen Werte stehen würde. In Deutschland von heute sind von 3,5 bis 5 Millionen russischsprachige Menschen wohnhaft. Eine genaue Zahl weiß wohl niemand. Das sind Bürgerinnen und Bürger Russlands, der Ukraine, Weißrusslands, Moldovas. Das sind Menschen, die deutscher Nationalität, russischer Nationalität und vielen anderen Nationalitäten angehören. Der übersiedler Strom aus Russland nach Deutschland hat seinen Anfang noch im Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Revolution in unserem Land ausgebrochen war. Damals war das eine politische Migration. Aber dann wurde die Migration eine ökonomische Migration. Dann entwickelte sich diese zu einer wirtschaftlichen Migration. Und heute geht es nun nicht mehr um Migration, es geht hier um mehr Zusammenarbeit, um mehr Beziehungen zwischen den Staaten auf der profanen Ebene der Menschen. Und ich möchte in ihrer Person dem deutschen Staat dafür danken, dass so viel Gastfreundlichkeit den russisch-orthodoxen entgegengebracht wird. Auf deutschem Boden sind heutzutage zwei Diocesen der russisch-orthodoxen Kirche ansässig. Circa 200 Gemeinden, zwei Klöster, es gibt Sonntagsschulen. Bei vielen Kirchen werden Gruppen der sozialen Förderung eingesetzt. Wir helfen unseren Gläubigern, sich an deutsche Verhältnisse anzupassen. Wir erleben ihnen deutsche Gesetze an, die Regeln des Lebens. Wir helfen ihnen beim Sprachlernen. Unterstützen sie juristisch. Unter unseren Gläubigen sind ganz verschiedene Bevölkerungsschichten vertreten. Das sind große Unternehmen, Politiker, die sogenannte mittlere Schicht und ganz einfache Menschen. Wir verspüren die moralische Unterstützung, die uns der deutsche Staat zukommen lässt. Es gab nie irgendwelche Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen der russischen Kirche und dem Staat auf deutschem Boden. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Heute, nicht weit von Berlin, wir entwickeln ein Monaster, der Zentrum der spirituellen Dialog zwischen unseren beiden Menschen und zwischen den christlichen Ländern. Nicht weit von Berlin, in Örtchen Götzschendorf, sind wir gerade dabei, ein Kloster zu bauen, das zu einem Zentrum eines geistlichen Dialogs zwischen den Christen unserer Staaten sich entwickeln soll. Und die lokalen Behörden stehen sehr gut dazu und begrüßen diese Initiative. Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren alle Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen haben und dieses Zentrum dann seine Tätigkeiten aufnehmen können. Ich möchte Sie noch einmal herzlich willkommen heißen, so wie auch Ihre Gattin und Ihre ganze Demokratie.